Quartier A. Was hier entsteht, muss erst erfunden werden. Quartier A. Planungswerkstatt am Samstag, den 23. Juni 2018 von 9 bis 12 Uhr in der Remise. Informiere dich beim Planungsfrühstück über das neue Immobilienprojekt auf 100.000 Quadratmetern rund um den Amstettner Bahnhof. Gestalte mit uns in der Planungswerkstatt die Wohn- und Arbeitswelt von morgen und übermorgen. Mit dabei Kinderprogramm, Chillout Area und mehr. Wir freuen uns auf dich, Günter Sterlicke und das Team des Quartier A.